Erstens, die Clubs der beiden Bundesligen sind einstimmig der Empfehlung des Präsidiums gefolgt, dass der Spielbetrieb vorerst bis mindestens zum 30.04. weiter ausgesetzt bleibt. Und bis zum 5.04. sollte auch das Mannschaftstraining unterbleiben, um die Maßnahmen der Bundesregierung konsequent zu unterstützen. Gleichzeitig entwickeln wir zweitens für alle 36 Standorte des Profifußballs Produktionskonzepte dafür, wie sich mit geringstmöglichem Personaleinsatz vorübergehend auch Spiele ohne Anwesenheit von Stadionzuschauern durchführen lassen. Drittens haben wir eine medizinische Taskforce eingerichtet, die unter Leitung des Arztes der Nationalmannschaft sowie des Sprechers der Mannschaftsärzte der Bundesligen und hinzugezogenen externen Experten einen verbindlichen medizinischen Leitfaden entwickeln wird. Dieser Leitfaden wird im Detail klären, unter welchen Bedingungen sich bestmöglich Hygiene und Prävention bei der Durchführung von Gruppentrainingen, von Mannschaftstrainingen und im Falle der Wiederaufnahme des Spielbetriebs auch dort gewährleisten lassen. Diese Gewährleistung ist unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wieder Fußball gespielt werden kann, auf professionellem Niveau, nicht im Freizeitbereich. Außerdem haben wir ein weiteres Bündel an Maßnahmen beschlossen, die unsere Clubs insbesondere mit Blick auf das anstehende Lizenzierungsverfahren entlasten sollen. Dies betrifft vor allem die Vorgaben in Bezug auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Vorausplanung sowie insbesondere die Liquidität der einzelnen Clubs. Ziel ist es, allen Clubs, allen, die Möglichkeit und die Zeit zu geben, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen und den regulären Spielbetrieb fortzusetzen. Sämtliche Wettbewerbsentscheidungen sollen auf sportlichem Weg zustande kommen. Konkret bedeutet das für die laufende Spielzeit, dass erstens der gültige Abzug von bis zu neun Gewinnpunkten als Sanktion für eine Insolvenz in der laufenden Saison ausgesetzt wird. Vielmehr wird bei eigenem Insolvenzantrag durch einen Klub keine Sanktion in Form eines Punktabzuges fällig. Zweitens. In der kommenden Spielzeit würde im Falle einer Insolvenz ein entsprechender Punktabzug nur drei statt wie bisher neun Punkte betragen. Drittens. Im anstehenden Lizenzierungsverfahren für die Saison 2020-21 wird auf die Überprüfung der Liquidität, wie das bisher der Fall war, verzichtet. Allerdings zieht die DFL die Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit während der nächsten Spielzeit vom Ende Oktober auf Mitte September vor. Auf diese Weise soll dann auf Basis der Jahresabschlüsse zum 30.06.2020 ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage einzelner Klubs möglich sein. Daraus leiten sich dann Maßnahmen ab, die die Klubs dann Eigeninitiativ zu ergreifen haben, um in der nächsten Saison über ausreichend Liquidität zu verfügen. Ab der Saison 2020-21 soll das Lizenzierungsverfahren wieder in der üblichen Weise angewendet werden, nämlich so wie es bisher auch war, als Garant für die wirtschaftliche Solidität und Stabilität des deutschen Profifußballs. Alle Maßnahmen werden wir intensiv begleiten und gegebenenfalls eben nachsteuern. Wie im Fußball auch, es lässt sich halt manches erahnen, aber doch nicht alles planen, erst recht in diesen Zeiten. Und wie im einen oder anderen Spiel behalten wir uns eben vor, unsere Taktik auch in der laufenden Partie irgendwie anzupassen, wenn es nötig ist.